Ich hatte mal einen Lehrer, der war ein bisschen krank Und wenn du sagst, ich kenn auch so einen, dann hörst du erst mal an Er liebte Tadel über alles, ja das war sein Leben Hätte er es gekonnt, ja er hätt dem Rektor einen gegeben Er hieß Herr Meier, das ging zwar gewöhnlich nah, ja Aber sein Spitzname, unter dem ihn jeder kannte, war Waller9 Waller9 kam, wie er wollte und kam zu ihm krumm Man guckte Waller9 mit einem Blick, der brachte dich dann um Doch was ihn speziell machte, mein Freund, war ein anderes Thema Jetzt kommt's, er mochte coole Kids und hasste die Streber Ich war eher Streber und er hatte mich auf dem Kieker Stell dir vor, ein Bad Bad Boy ist plötzlich dein Tieter Nur einmal will ich erleben, wie sie mich loben Nur einmal, zwei Meter, der Mann steht vor mir Ich guck nach oben, drei Meter Er beugt sich lächelnd runter und sagt nach langer Zeit Was sagt er? Es kann fast alles sein, aber das Waller9 In der letzten Arbeit hab ich da eine Eins Waller9 Tragen sie mich einmal nicht ins Kassenbuch ein Waller9 Und wenn ich gut mitmach und auch Schleim Waller9 War das ein Joke mit dem Schulverweis Waller9 Waller9, 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 Waller9 Immer wieder dieses böde Waller9, Waller9 Waller9, 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 Waller9 Herr Meier, hören sie bitte auf mit ihrem Waller9 Waller9, 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 Waller9 Herr Meier, Waller9, 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 Bankingチ Reden sie anständig Immerhin sind sie Lehrer Sie sind ein Vorbild Oder sollten sie sein Was hab ich ihnen überhaupt getan? Ich denk, man soll sich Mühe geben Ich versteh sie nicht Und wenn sie sagen, ich soll so werden wie sie Dann sag ich Waller Nein Und wenn sie sagen, ich soll aufhören zu lernen Dann sag Waller Nein Jetzt fang ich auch schon damit an Waller Nein